Ja, moin moin liebe Gamer und Hardcore-Suchtis da draußen. Ich möchte euch heute mal ganz kleine Informationen geben über unsere eröffnete LAN-Party. Und zwar veranstalten wir von 4Pixel eine LAN-Party im Raum Thüringen. Und nähere Informationen könnt ihr da auf unserer Webseite www.4pixel.net erfahren. Da scrollt ihr einfach ein ganz kleines Stück nach unten und klickt dann auf den Button LAN-Party 2018 teilnehmen. Ihr gelangt dann auf die Weiterleitung Events LAN-Party 2018 und dort haben wir nähere Informationen über unsere geplante LAN-Party. Die findet am 17.08.2018 statt. Um 15 Uhr startet das Ganze und geht dann bis zum 19.08. um 16.30 Uhr ist dann das Ende. Ja, ihr erfahrt hier noch nähere Informationen zur LAN-Party, wie ihr hinkommen könnt, wie die Verbindungen sind und wie das Ganze gestaltet ist. Im rechten Segment habt ihr hier noch ein paar Bilder über die LAN-Party, wie das Essen aussieht vor Ort, mit Buffet und so weiter. Wie die Räume bzw. die Aufenthaltsräume gestaltet sind, Betten oder Einzelzimmer und noch ein bisschen was zum Ambiente. Ja, das Ganze ist mit einer Größe von 50 Leuten ausgelegt. Also das heißt, wir suchen noch ein paar Leute, die Lust haben auf, ich sag mal so ein Wochenende zusammen zu zocken und sich kennenzulernen. Ist ja nichts Schlechtes und gibt es auch nicht mehr so oft. Es ist kein sehr großer Kreis, aber auch kein sehr kleiner. Also erwarten könnt ihr Events, Gewinnspiele und Verlosungen. Ja, die Teilnahme an dem Ganzen ist ab 16, leider mit Mutti-Zettel, anders geht's nicht, oder über 18. Was ihr benötigt ist, ja, Monitor, PC, Tastatur, Maus, Headset. Gegebenenfalls ein LAN-Kabel, bitte nicht vergessen. Wir haben zwar LAN-Kabel da, aber es reicht nicht für alle aus. Ja, Wunschgetränke haben wir auch da, bzw. alkoholfreie Getränke haben wir da. Wenn ihr wirklich selber Alkohol trinken möchtet, bitte nicht zur LAN-Party bringen. Wenn dann draußen irgendwo trinken, nicht direkt in der LAN-Party. Wir haben ein Alkoholverbot, weil wir auch Minderjährige dabei haben, also unter 18. Da bitte darauf achten, dass alkoholische Getränke draußen gelassen werden. Ihr könnt sie draußen auf der Wiese verzehren, meinetwegen, aber nicht drinnen. Ja, solltet ihr nicht per Vorkasse zahlen wollen oder können, könnt ihr das Ganze auch per Nachname machen. Das heißt, ihr kommt zur LAN-Party und bringt das Geld bar mit. Bitte hinterlasst da aber uns einen Kommentar. Ich zeige euch gleich unten noch, wie ihr euch anmelden könnt. Zur Anreise, da haben wir auch dafür gesorgt, dass ihr einen Fahrtendienst zur Verfügung gestellt bekommt. Das heißt, solltet ihr mit einem Zug zum Beispiel anreisen, haben wir die Möglichkeit, euch im Raum 30 Kilometer abzuholen. Einen Link zur Barticket haben wir auch noch hier. Wichtig ist zum Schluss, wir haben noch eine Datenschutzbelehrung und einen Haftungsausschluss, den ihr dann vor Ort unterschreiben müsst. Da geht es zum einen darum, dass wenn euch was passieren sollte, ihr rutscht zum Beispiel auf einer Bananenschale aus und brecht euch ein Bein, dass ihr uns darauf nicht verklagen könnt. Zum anderen Datenschutzbelehrung aus dem Grund, weil auch Bilder entstehen könnten und ihr gegebenenfalls damit drauf sein könntet. Da bitte eine Unterschrift setzen, wenn ihr das wollt. Zu den Tickets. Wir haben hier einmal Big Lahn Party Plus, das heißt Einzelzimmer für drei Tage, zwei Übernachtungen. Dann haben wir Big Lahn Party, das sind drei Tage und zwei Übernachtungen im Mehrwertzimmer. Small Lahn Party Plus wäre zwei Tage und eine Übernachtung im Einzelwertzimmer. Und Small Lahn Party wäre zwei Tage und eine Übernachtung im Mehrwertzimmer. Das Ganze einfach euch überlegen, wie lange ihr da bleiben wollt, ob es das ganze Wochenende ist oder nur zwei Tage, das könnt ihr selber entscheiden. Dann einmal einfach nur hier den Platz auswählen, also ein Ticket. Ihr könnt auch nur ein Ticket kaufen, also für einen Freund geht es nicht. Wenn, dann muss der Freund sich hier anmelden und selber ein Ticket kaufen. So. Zum anderen tragt ihr dann einfach euren Namen ein, E-Mail-Adresse, Adresse, Ort, Bundesland und Postleitzahl und Land. Das sind die Pflichtfelder. Wenn ihr per Zug kommen solltet und wir müssen euch abholen, dann bitte hinterlasst hier eine Telefonnummer. Und am besten noch ein Kommentar, an welchem Bahnhof ihr denn rausgeschmissen werdet. Weil wir können ja nicht wissen, wo ihr seid. Ihr müsst uns dann sagen, alles klar, der Bahnhof ist es, da können wir auch hinkommen und euch abholen. Ja, zum Schluss könnt ihr das Ganze mit Paypal bestätigen bzw. bezahlen. Oder halt per Anreise zahlen, wenn ihr kein Paypal haben solltet. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Und wenn euch natürlich dann auch die Lahnparty im Nachgang gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auch abonnieren für weitere Lahnpartys, damit ihr auch die Infos bekommt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und haut rein.